ja hallo und herzlich willkommen zur dritten folge von anno 2205 ja und zwar muss ich hier den anfang noch mal neu aufnehmen also ja also nicht viel denn ja dieser kleine teil ist halt ein bisschen kaputt gegangen ich werde jetzt halt kurz zeigen was ich alles gemacht hat in der zweiten folge ja man halt das werde ich doch nicht sein mir ist gerade eingefallen dass er dass man dann sehen würde was ich alles hinter drinnen gemacht habe also ja schaut einfach mal rein dann ja ist klar so und da bin ich wieder ja tut mir leid für den kleinen kant aber ja jetzt tun wir hier erst einmal da 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 wie zum f*** mache ich darf mal schau Turbulenzen hier jetzt halt mal gelte das auch für Turbulenzen die woanders drumgammeln hier sind mal keine , , , , , , Mal schauen. Düm, düm, düm. Sind unterwegs. Na, Mann. Was kann ich denn... Was sind hier denn... Ja, okay, das hätte ich vielleicht nicht übersehen sollen. Geil, jetzt gehen wir mal wieder die FPS in der Aufnahme. Runter. Wieder hoch. Wieder runter. Wieder hoch. Also, ich glaube mal, da muss ich noch irgendwie... Wie... Ja, okay, ähm... Was soll ich jetzt machen? Da, 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 fragen Sie den Drohnen. Verstanden. Wartet mal. Da, 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 so... Verstanden. Was, ähm... Ich glaube schon, dass die das meinen. Oder... Da, 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 da. Wo ist jetzt da? Da, da, da. Da, da, da. Was los ist, weiß ich selber auch nicht. Ich werde noch mal kurz können, dann sehen wir uns gleich wieder. So, hoffentlich hat es geklappt, was ich jetzt gemacht hab. Also, bisher hat's... So, nun... Deck me! Nein! Ah... Mal schauen. Oh, das ist nur Fanonze. Also gerade. Also ich werde noch kurz ein paar Wohnhäuser mehr hier hinpflanzen. Mal schauen. So, was brauche ich hier mal lieber ins Zentrum? Okay, warte mal kurz was fehlt jetzt? Äh. Okay, gut. So. So, dann fehlt auch noch Eisplantage. Bisschen wie. Okay, gut. Mal die Leute hier scheinen wohl Eis zu mögen. So. Okay, gut. Gerade scheint wohl alles zu passen. Passt. Okay, gut. Äh. Ja, was das angeht sollten wir. Wir brauchen mehr Kobalt und mehr. Ja. Ähm. Dann. Genau. So. Ja, ist schon gut. Mal gucken. So. Mal schauen, haben wir jetzt. Okay. Gut. Wir werden als nächstes wieder ein bisschen Obst dann pflanzen. Obst geht jetzt. Okay. Dann auch noch Algen. 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 Ich weiß, dass irgendwo hier eigentlich so ein Platz war. So ein Küstenplatz. Oder war es doch eher. Hier auf der anderen. Alles klar. Stimmt. So. Mal schauen. Da, da, da. Da, da. Und zu guter Letzt hiervon noch. Okay, gut. Davon brauchen wir nochmal zwei mehr. Algen brauchen wir dann auch wieder. So. So. Und hiermit haben wir von allem. Ja, jetzt langt von allem. Außer von den Arbeitern. Da, da, dumm. No. Ich war da schon vorbei. Ups. Da, da, dumm. Und hiermit. Da, da, da. Und hiermit. Da, da. Ja, da. Da, da. Da, da, da. Da, da, so. Und hiermit. in den Plus-Bereich. Okay, gut, jetzt. Firmenstufe-Gistu. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Und ja, ich weiß noch, dass wir eigentlich so... Wo ist unser... Da ist unser Schiff. Na. Oh Mann, wieso können die nicht einfach... Oh Mann, der se... Na. Hm? Bestätigt. Okay, gut, jetzt. Mein Aufnahmeprogramm. Wieder Half-Frame-Einbrüche zu haben. Ja, gut, aber jetzt geht es wohl wieder. Da-da-dum. Also gerade läuft es hier ziemlich gut. Na, Aufschöpfchen jetzt kommen. Wobei... Wobei, nein, halt. Trotz... In kurzen Moment. Dann... ist er... Das ist... Es ist... Ich glaube, ich weiß, wo es ist. Kurz einen Schluck trinken, dann vielleicht auch langsam mal wieder auf die Uhr schauen, den sonst habe ich eigentlich... Ok, erst 10.39 Uhr. Nups. Ich bestätige deine Koordinaten. Ok, damit hätten wir dann mal 5 von 7. 6. Ok, dann sollen wir sie... Also wir ruckeln jetzt mal kurz rüber zu dem Flugzeug. Und, ähm, Nope, ich hatte wohl doch nicht recht. Das ist ein Flugzeug, ernsthaft. Oh, ok, so kann ich es jetzt erkennen. Aber auch nur, wenn ich meine, so sieht es hier aus wie ein Schiff. Ihr Produkt war erfolgreich. Wunderbar. Warum vereinen wir nicht unsere Kräfte? Solche Informationen könnten für uns beide nützlich sein. Setzen sie... Ähm, ja. Es wäre ja nicht so, als ob ich... ...da schon Energie hätte. Wisst ihr was? Was ich tue, um sicher zu gehen. Einfach mal noch ein bisschen mehr Energie... ...produzieren. Denn es gibt eines, was man nicht zu viel haben kann. Und zwar Energie. Und Platz. Energie und Platz ist nie zu weh... Äh, zu viel. Zu wenig kann es durchaus mal sein. So. Dann brauchen wir als nächstes mehr Spaß. So. 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 Ah ja hier, die zwei brauchen auch noch einen Straßenanschluss. einen Anschluss. So. Mal schauen. Na gut, ich schätze mal Energie haben wir jetzt genug. Na dann baue ich noch paar Häuser für Arbeiter. Einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Dumm, 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 dumm. So. Dann halt, ich tu lieber das Haus. Eins näher, so. Da, da, dumm, so. Informationszentrum. Hier wollen wohl ein paar aufgewertet werden. So, so, so. 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 So, so, so. So, so. Okay, gut. Jetzt. So. Hotech! In meinem Bescheid Neuroimplantar. Ich frag nicht. Ja, nur keine Angst, gerade war kein Standbild oder so. Okay, gut, was passiert denn? 6 Sekunden, 5, 4, was trinken? 50 Bio. 10 Sekunden. Oh, ich kann ja hier auf den ... Oh, aus meinem Raum. Okay, kurz an, kurz an. Oh, jetzt der Dumbomb. Was ist der Dumbomb? Na. Wenig Metamintrinks. Dumb. 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 Mal schauen. Dumb. Dann brauchen wir wieder ein paar Obstplantagen. Dumb. Und dann am besten mal noch. Dumb. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.